Servus Leute, wir kommen jetzt zur Rückrunde von dem letzten Spiel, von der letzten Kopfjagdrunde. Das ist einfach das geilste Team ever, das habe ich vorher schon gesagt. Und ich hoffe, es geht mir ein bisschen besser als vorher. Und ich schaue, dass ich vielleicht sogar den Rekord schlage, vielleicht sogar den Rekord von Iris 6. Und das wird extrem geil. Und zudem wäre, herzlich willkommen. Und ich mache auch wieder Hamtepamp. Wir pflanzen uns daher. Damit die Sprengfall, rechts nehmen wir uns den Heuer auf, da kommen wir auch rein, betreuen, falls wer reingeht. Das ist einfach ein guter Platz. Ah, kommen schon. Leute, ihr solltet ihr aufpassen. Alter, der schießt wieder von zwei Meter entfernt mit der Pistole. Ah, soll ich jetzt warten, oder? Ja, ich mache einfach eine Rauchbombe. Mann! Heute war ich sogar von, oder war es bei anderen, war bei anderen, okay. Ah, darauf hätte ich schauen müssen, es war mit Klaas, da war auch eines. Okay, Leute. Aber wir werden die schon fertig machen. Da finde ich zu gut für die. Nicht, dass die Einzelgut sind, so noch das Team, wir können uns selbstverständigen, und so. Also, da, bang in your face, bang in your face, bang in your face, bang in your face, so alt haben wir ab. Ja, ab und habe gesagt, Gita hielt mehr schnell, hab kein nix mehr. Ich werde abgeschossen, okay. Komplett. Wow, offensiv smoke bomb, boy, na. Nein, das geht gar nicht durch das Level. Welches Level? 28. 28. Naja, von mir ist, der weiß das noch nicht, aber, Gott, das ist so schwul. Wow, einkriegig. Ach du Scheiße. Das war nur viel zu viele. Viel zu viele, alter Schwede. Hm, 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 springen vor allem auch wieder, Wurfmesser, können wir schon noch was machen. Pflanzen wir uns gleich daher, oder? Obwohl, da kann man von oben kommen. Aber, jetzt machen wir mal. Versteckte Flucht, komm schon. Komm schon. Na, das geht nicht ganz so, muss ich ihn abwerfen. Oh, ja, gleich den nächsten. Nein! Mann, habe ich jetzt die Bedeutung noch gekriegt? Nein. Schade. Warum will alle treffen mich? Was habt ihr, Junge? Nein. Oh, die Polen, die noch schon. Die Polen, die noch schon. So. Alle hübsen, wo man trof. Keiner macht wirklich was. Okay, da passen wir jetzt mal auf. Den krieg ich scheißbisschen Typ. Den auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Und einer kriegt nur einen Jumpstand. Irgendwo da drüben. Komm schon, einer geht's raus. Ja. Jetzt bin ich tot. Was, was wird. Absolut, das ist sehr cool. Puh. Schauen, mit so weit geht's Griechen noch. Extremareabel der Runde. Und wie, oh, das geht ab. Leute, das ist so geil, so im Team zu spielen. Oh, das sind viele oben. Scheiß, was mache ich jetzt. Ich pflanzte mich da hinten, irgendwo hin. Wo sind sie? Ach du Scheiße, alle vier. Wollt ihr mich verarschen? Wir sollten das schaffen. Ach du Scheiße, komm her. Oh nein, warum geht der genau auf den? Oh, ich dachte, der rennt durch die... Ja, schossen werde ich jetzt auch noch. Ich hab die Bedäume noch gekriegt. Der ist bei mir vorbeigelaufen. Ha, geil. Geil, geil, geil. Alter Schwede, wir haben da hinten eine Rauchbunde geworfen. Wenn ich jetzt auf dem Simpsen-Mode dann mach so, dass ich es was bringe. Oh, da krepieren gerade alle. Vorhin sagt, wo? Wow! Wow! Ganz ruhig, Junge. Schimm oder Teleporter? Teleporter, okay. Ja, bleib mir einfach versteckt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das geht nicht aus. Das wird laut, das wird verdammt laut. Wehe. Nicht zu früh. Na, das war zu früh. Na, kack, das sind viele, das sind viele. Ja, und weg bin ich. Nicht mal umstritten, weil der andere mich killt hat. Na toll. Na ganz toll. Komm schon. Schau mal 16.000 noch. Geh, ne, ich steh mal. Keine will, da komm her, komm her, da. Da, 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 da. Ja, das schlägt darüber. Ja. Wenn man zu, da ist schon einer. Mach so, okay. Mit der Geldbauung. Achtung! Okay. Oben ist da auch noch einer, ey. Oh, soll. Boah, Scheller. Komm her. Bedeumend, bedeumend. Sehr schön. Ja, das war ein Tropfen, kann man das Tropfen sehen? Na, schade. Ich hab keinen mehr gekriegt. Aber, das war schon geil. Also, wenn man zu viert, eine Bedeumungsrunde in einer Gruppe steht, haben die anderen fast gar keine Chance. Wenn sie nicht gerade oft fällt, offensiv, 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 die O-Smoke verwenden. Oh, es ist ja sowas wie eine goldene Regel. So, ich habe kein wirkliches Paket dafür, also nicht, ich hab das Meucheln. Paket. Oh, alle viel laufen, gleich. Laufschlappe, Lauf. Oh, wie geil ist der Lauf, weil... Bleibt es eine Steckbeurte? No? Cool. Fuck. Scheiße, vorhin gesagt, ich hasse es. Wo ist der jetzt? Da, okay. Ah! Ah! Geben auf der Nase. Komm, tolle Stoß! Muss der auf der Bank oder was? Ja, okay, dann auch ich dort hin. Uuuuuh. Wiederbeleben? Na, okay, habe ich irgendwann, werde ich schon wiederbeleben. Boah, viel zu 15, ja, ich muss wiederbeleben, aber ich extrem, aber ja, beil. Das wäre so geil. Ha, überholt. Wo sind sie? So, als bisschen zu erschielt. Ich sage, ja, das ist mal der. Nein. Leute, betäubt es denn, der bei mir in der Gruppe steht. Ah, killst den. Jetzt hätte ich das nicht werfen müssen. Ich habe nur killen. Danke. Dann lassen wir jetzt einfach mal... Ich muss ja nicht geben, meine Kugel in die Birne geben. Oh, oh ja. Der wird so am Teleporter geben am Arsch. Wir benutzen das bitte. Hat das das falsche Paket, oder macht das absichtlich? Das ist so geil, dass man da rüberhüpfen kann. So. Ah, der ist es, okay. Ole? Ja, das ist er. Wehm. Jawohl, da haben wir schon extrem variabel. Und komm her. Ach so, sorry, die haben wir jetzt gestohlen. Sorry, sorry, sorry. Was war jetzt? What the fuck? Vielleicht ich kenne mich, mein Timo ist noch nicht so gut aus. Was war das gerade? Meine eine zu den liebsten Kiel, die haben dann alle verloren? Das ist ein Aufdruck verloren, oder was? Ich sage, das ist mal mit der. Ich mache mal laut und den Fokus. Ja, das ist der. Geil. Ich bin nicht geblendet worden. Ich bin nicht mehr wiederbelebt, Alter. Bin ich nicht geblendet worden. Und der Zivist, den ich angelockt habe, ich hätte einen Zivisten killt, hat sich nie der mögt. Darum habe ich ihn nicht killen können. Oh, da ist einer. Was? Scheiße. Boah, das sind ja alle. Darum habe ich dann noch den richtigen Killed, alle. Wie geil. Wäre ich gleich jetzt nochmal betäubt, oder was? Uh. Offensive Smoke Bomb. Das werden sie nicht mögen. Das werden sie nicht mögen. So, wo ist der jetzt? Da, Junge. Ah, komm schon, Irgendwenn. Ah, der will wenigstens wiederbeleben. Mano, von den da. Mano! Okay, der will wenigstens ein toller Stoß. Weil ich schon gar nichts kriege. So, der muss uns auf. Ich nehme den da. Ja, war ja der Falsche. Ah. What the fuck? So, ich verknallt. Ich bin einfach überrascht, oder was? Ich will jetzt endlich mal wiederbeleben, halt, der Schwede. So. Barman, ja. Okay, dann kriegst du. Da ist noch. Okay, der ist vergiftet. Maaan! Okay, Irgendwenn hat gerade wem den Gift-Kill gestohlen, oder? Ich glaube, der Games-Kannery hat gerade dem Akku-Eri den Gift-Kill gestohlen. Bin mir nicht sicher, oder? Weil ich glaube nicht, dass er jetzt selber sich wegnommen hat. Das wäre ein bisschen dumm. 30.000 schon. Na, geht gerade nicht. Nein, genau, falsche. Ich bin irgendwie hoch. Nein, ich gehe mal zivilistisch, stattdessen. Ich glaube, ich will das auch wieder mal einkriegen. Der da. Okay, der ist eh gerade fast gekommen. Nein, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wow. What the fuck. Yes! Jawohl! Jawohl! You face, iris 6 in your face. Oh, geile Runde, geile Runde. 1.0 offensiv smoke von Mitterbar. Leider scheiße. Aber extrem geile Runde. Leute, ich bedanke mich wieder für euch. Bei euch, meine ich. War wirklich extrem geile Runden. Hat enorm viel Spaß gemacht. Yeah! Der Neuling. Ja, ist klar. Ist klar. Bis zum nächsten Part, Leute. Cheerio! Wo-o-o-o! 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 Wo-o-o! .